hallo meine lieben ich hab das so von dem herrn empfangen dennoch noch mal von der endzeit mal ein bisschen noch was zu sagen aber grundsätzlich geht es mir hier um eins und zwar um das wort zeichen wenn wir betrachten die bibel insgesamt dann werden wir sehen dass das wort bund wichtig ist weil gott ist ein gott der wenn er jemand beruft wenn jemand wirklich an ihn glaubt und ihn nachfolgt gott schließt immer einen bund mit ihm so hat gott zum beispiel einen bund mit noah beschlossen einen bund nachher mit den völkern auch dass es kein hochwasser mehr gibt also keine überschwemmung wie damals in der zeit nur einen bund mit abraham ist er eingegangen dann ist der bund mit israel dann ist der bund der wichtigste bund der gnade zeit jesus christus und dann sehen wir noch den bund was noch mal geschlossen wird was wir auch in der offenbarung lesen und von diesem dritten bund möchte ich auch noch das vorlesen weil es ist sehr wichtig zu wissen dann sagte jeremia 31 vers 31 siehe tage kommen spricht der herr da schließe ich mit dem haus israel und mit dem haus jude einen neuen bund nicht wie der bund den ich mit dem väter geschlossen habe an den tag als sie bei dem hand fasste und sie aus dem land ägypten herausführe diesen meinen bund habe haben sie gebrochen obwohl ich der herr ihr herr war spricht der herr sondern das ist der bund denn ich mit dem haus israel nach jedem tag erschließen werde das spricht der herr ich werde mein gesetz in ihrem inneres legen und das schreibt auch in der offenbarung ganz deutlich dass gott in den herzen diesen menschen seinen seine gesetze sein wort einprägt ich werde ihnen ein neues herz geben und werde es auf ihr herz schreiben und ich werde ihr gott sein und sie werden mein volk sein dann wird nicht mehr einen einen seinen nächsten oder einen anderen bruder lehren und sagen erkennt den herr denn sie werden mich erkennen von ihren kleinsten bis zu ihren größten spricht der herr denn ich werde ihre schuld vergeben und an ihre sünden nicht mehr denken ja einen neuen bund und das lesen wir bitteschön auch in das lesen wir bitteschön auch in den herrn als er über die 70 jahr wochen spricht aber wir wissen ganz genau dass auch hier ist bestätigt dass das alte bund nicht mehr bestehen wird deswegen verstehe ich eigentlich die gesetzelhalter und die sabbathalter auch nicht ganz dass sie die prophezeiungen kennen und dennoch nicht erkennen ein neues bund weil man denkt immer ah ja die gebote gottes die sind immer da und jesus sagt selber das gesetz sagt aber ich sage euch natürlich natürlich diese ganzen reihenfolge der zehn gebote sind in allen drei bunden eingepasst aber aber wir werden da nicht mehr es ist so schwierig das zu erklären und zu verstehen jesus hat dieses gesetz erfüllt und da er uns berufen hat er wird in uns vollbringen dass wir dem gesetz nicht nach dem gesetz folgen folgen und zwar weil du musst sondern du folgst dem gesetz nach weil du liebst und das ist ein unterschied das alte ist gestorben ist ein neues und dieses neues muss weggetan werden um das neue bund mit israel wieder entstehen zu können und das verstehen viele nicht und dieser bund fängt mit der siebzigste jahrwoche an habt ihr einfach mal israel betrachtet wenn ihr israel betrachtet habt und das zusammenkunft israels als die am anfang noch klein angefangen haben das volk und das die städte da aufzubauen da war noch viel demut da da haben sie sich nicht groß gezeigt aber jetzt schreit israel wer ich bin der israel ich werde es nicht mehr zulassen und die bauen natürlich auch auf die prophezeiungen auf und gerade weil israel jetzt hochmütig geworden ist wird nur ein drittel von denen bestehen aber das ist auch wieder gottes gnade weil aus diesen ein drittel alle zwölf stämme sein werden das ist etwas was wir hier menschen auch nicht verstehen werden die große weisheit gottes das das ist etwas so tiefgründiges da da können wir drüber nicht viel reden das können wir nicht verstehen echt gott ist weise ist wirklich weise keiner kann mithalten mit ihm und es gibt wirklich kein menschliche sprachbegabung die das wirklich in groß in aller fülle erklären kann weil die weisheit gottes ist nicht messbar das ist unendlich das ist eine eine macht an den wir nur vertrauen dürfen wenn wir diese reihenfolge nicht sehen wollen erstmal musste das alte bund beendet werden dafür musste jesus christus sterben jesus christus ist gestorben so ist das testament das alte testament nicht dicht geworden fertig aus dann ist der neue bund in christus ein neues testament hat angefangen und das muss erstmal zu ende sein um zu ermöglichen dass der neue bund mit israel wieder aufgenommen werden kann und das ist bitteschön das punkt was viele christen nicht verstehen es ist so deutlich beschrieben und wenn gott sagt ich werde ein neues bund und nicht nur hier in jesaja sondern in mehreren propheten ist es deutlich in offenbarung auch und daniel sagt auch der engel sagt daniel siebzig jahrwochen für dein volk und wenn er für deinen volk sagt dann sagt er nicht über die nationen oder über weiß nicht was anderes sondern es gehört nur alleine israel und wenn die siebzigste jahrwoche anfängt da ist die gemeinde nicht mehr da und dann liebe leute kommen die 144.000 dann kommen diejenigen die im blut christi ihre kleider waschen und nicht vorher aber erst muss die gemeinde weg und es sind so spiele mit wörter wo man sagt naja das ist so geschrieben aber man kann das nicht so nehmen weil es ist auch geschrieben es ist ganz deutlich geschrieben man muss nur mit herzen und im glauben achten auf die worte was niedergeschrieben werden sollten jesus hat auch viele beispiele gebracht und die schriftgelehrter haben nicht alles verstanden aber das haben sie verstanden wenn jesus ein beispiel gesagt was auf die bezogen hat ja dann waren sie wütig und wollten ihn töten zeichen 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 ist etwas was die ganze menschheitsgeschichte begleitet zeichen brauchen wir überall wir brauchen im verkehr ein verkehrs zeichen der uns zeigt wir müssen da langsam machen da können wir schnell machen da müssen wir anhalten am bahnverkehr müssen wir auch zeichen haben da muss der zug wissen jetzt muss er stoppen da kommt ein anbezug sonst gibt es unfall ich lege mir auch ein zeichen dass ich etwas nicht vergiss und wenn wir so in der bibel mal lesen dann lesen wir unheimlich viel vor zeichen zum beispiel erst im buch mose 4 5 der herr macht ein zeichen an kain mose 9 12 das ist das zeichen des bundes zum beispiel psalm 80 17 du ein zeichen an mir dass du es gut mit mir meinst zeichen sind von verschiedenen arten ein zeichen kann ein wunder sein ein gutes tat oder ein gerichtsvoll vollbringung ja als lot aus sodom und gomorrah raus war hat gott ein zeichen über sodom und gomorrah gesetzt der zeichen des vernichtungs des gerichts in zeit noah war es auch ein zeichen des gerichts das hochwasser was die ganze menschheit vernichtet hat außer sex noah und seine familie die archie war auch eine zeichnung der zeichen des rettungs das das regenbogen ist auch ein zeichen eines bundes was gott über seinen thron hat das blut christlich ist auch ein zeichen an uns gesetzt dass wir kinder gottes sind rein gewaschen durch ihm und gott wenn er uns sieht sieht das blut seines sohnes und er weiß das ist mein kind das ist ein zeichen aber es gibt ja natürlich es gibt auch die zeichen was auch der antichrist macht er bringt zeichen vom himmel feuer und so weiter aber das hat mose auch zeichen und wunder gemacht vor dem pharao und der pharao hat nicht geglaubt die falsche propheten die gute propheten machen verschiedene zeichen die quellen sind aber verschieden die macht quellen sind verschieden das mal zeichen des tieres des antichristen ist auch ein zeichen für diejenigen die ihn anbeten und der engel wird am ende der zeiten die diese die gott gehören die an gott glauben ein zeichen auf den stern machen dass sie vor gericht beschützt werden zeichen sind immer sehr wichtig und es ist das zeichen des bundes die zum beispiel ich jetzt gerade erwähnt haben regenbogen blut jesus christus und da im jesaja 7 da ist geschrieben und der herr fuhr fort zu ahas zu reden und sprach fordere dir ein zeichen vom herrn deinen gott in der tiefe fordere es oder oben in der höhe in der tiefe oder höhe das kann auch im himmel sein oder aus der aus dem tiefgrund der erde sein fordere ein zeichen und ich werde es dir geben ich will dich ich will nicht fordern sagt ahas und will den herrn nicht prüfen ich will den herrn nicht prüfen ich prüfe mich selbst dass ich im herrn bin ich will den herrn nicht prüfen mit mit forderungen von zeichen oder was auch immer da sprach er hör doch aus david ist es euch zu wenig menschen zu ermüden dass ihr auch meinen gott ermüdet wisst ihr oft das fordern für zeichen ist es wichtig wenn ich eine wichtige entscheidung treffen muss im leben und ich sage herr gib mir ein zeichen dass es dein wille ist oder gib mir ein zeichen wo möchtest du mich haben das ist eine eine bitte aus demut und nicht aus forderung das ist ein unterschied ich bitte herr ein wegweisendes zeichen und das sagt darum wird der herr euch ein zeichen geben die jungfrau wird schwanger werden und einen sohn gebären und wird seinen namen immanuel nennen und dieses zeichen ist auch geschehen aber moment sollen wir jetzt das als zeichen nehmen maria war jungfrau sie hatte geboren ist es ein zeichen ja es war ein zeichen auf den niemand geachtet hat genau so wie der stern bethlehem dass der volk sein eigener volk nicht erkannt hat dass dieser stern ist der stern des königs der juden nein die haben diese zeichen zeichen nicht erkannt dann lesen wir in matthäus 24 meine lieben in matthäus 24 ab vers 30 und dann wird das zeichen des sohnes des menschen am himmel erscheinen also es gibt nicht nur zeichen wie sterne wie der mond und die sonne die die endzeit zeigen sondern es werden zeichen die sichtbar sein werden beim das kommen des sohnes des menschen und die werden die es als zeichen und dann auch als kommen sehen und genau dasselbe schreibt über den kommen des drachens ich sah ein zeichen lass mal nachlesen und es schien ein anderes zeichen in offenbarung 12 3 im himmel und siehe ein großer feuriger drache oh oh der menschensohn ein zeichen und das kommen des menschensohn und dann ein zeichen kommendes drachen zeichen und diese zeichen sind nicht zu verwerfen Gott spricht zu uns durch zeichen und wenn ihr das alles sieht dann sollt ihr wissen dann sollt ihr wissen weil wir sind Kinder des Lichts meine wir sind nicht Kinder die in Unwissenheit leben sondern wir wissen das sind Zeichen was unser Herr zeigt er kommt jetzt Jakobus ne Johannes in 1. Johannes 2 da schreibt er da dass es werden es sind schon viele Antichristen da die aus unserer Reihe kommen ja so es sind Moment ich guck grad noch ja das ist dann in der 1. Johannes 2 es ist der ist der Antichrist der der Vater und der Sohn leugnet jeder der den Sohn leugnet hat auch den Vater nicht wer den Sohn bekennt hat auch den Vater ihr ihr was ihr von Anfang an gehört habt bleibt in euch so und dann schreibt auch auch dass diese Antichristen diese viele Antichristen die schon von Anfang da waren ja die sind aus unserer Reihen gekommen schreibt in Vers 18 Kinder es ist die letzte Stunde hat hat Jesus in Gethsemane auch nicht gesagt die Stunde ist da aber Jakobus Johannes sagt hier es ist die letzte Stunde also sagt nicht die Stunde ist da sondern es ist die letzte es ist die letzte Stunde und wir wie ihr gehört habt dass der Antichrist kommt so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten daher wissen wir dass es die letzte Stunde ist also es sind Zeichen dass wir sehen können und wie kann ich sehen ich kann nur sehen bitteschön wenn ich das Wort der Wahrheit kenne dann kann ich unterscheiden zwischen gut und schlecht dann kann ich unterscheiden zwischen böses Geist und Heiligen Geist weil der Geist Gottes ist in mir und das was aus dem Geist komme kann ich sofort erkennen Heiligen Geist kommt kann ich und das was aus einem bösen Geist das kann ich auch erkennen und dann sage ich das ist ein Antichrist das ist ein falscher Prophet das ist ein Prophet der nicht die Wahrheit sagt und diese Zeichen müssen wir ernst nehmen und die Zeichen der Verführung heute ist sehr groß das wahre Evangelium hat keinen Raum mehr Israel blüht nicht nur die bringt schon Früchte die ist schon in Hochmut zu betrachten ich bin Israel das Große das Mächtige das ich hab Atombomben ich hab ich kann Wasser reinigen ich ich verkaufe schon von Obst und Früchte und alles mögliche weil ich reich bin und wenn wir lesen und wenn wir lesen Gott wird das wieder alles vernichten lassen dass ich kein Mensch rühme deswegen muss der Samen erst sterben deswegen musst du und ich auch erst sterben in Jesus Christus mit Christus Jesus um ein neues Wesen zu sein Zeichen tragen auch die Moslems an der Hand oder und auch die Juden haben diese Zeichen ja an der äh Stern und am äh am Länder und es sind Zeichen Zeichen braucht man immer wieder dieses Jahr war zum Beispiel allein in Berlin fünfmal nacheinander Hochwasser dazu kam jetzt noch links ein ein starkes Sturm nur hier in Deutschland Irma hat Florida Cay total vernichtet da schreibt schreiben die Nachrichten dass Florida Cay ist nicht mehr bewohnbar ist nicht mehr bewohnbar die haben schon viele Hurrikans erlebt aber so noch nicht und die ganze Hochwasser Bangladesch äh Erdbeben Hochwasser in Mexiko in Indien China in der Türkei die Erdbeben und Hochwasser auch da Hagelstürme eins das ein Tag ist nicht jetzt auf der Welt wo wirklich große Katastrophen nicht da sind und ich möchte darauf hinweisen meine Lieben der Siegel ist noch nicht geöffnet der erste Siegel ist noch nicht geöffnet das Gericht Gottes ist noch nicht ganz offensichtlich begonnen und dennoch das Gericht hat angefangen aber nicht das Endgericht das sind Zeichen für uns als Kinder Gottes auf das wir trachten müssen die Verführung der Papst selber nennt sich als als Vermittler und er sagt die Kirche Moslems Buddhismus ist alles eins ist alles da meine lieben ist alles da und der Zeichen am Himmel 23 September das ist auch nicht so zu betrachten dass am 23 der gerade kommt das kann sein dass Gott wirklich noch paar Tage drauf legt um die später einen Grund zum Lachen gibt sie der 23 ist vorbei es ist nichts passiert und wenn keiner erwartet und keiner denkt dann geht es los ich weiß es nicht es kann sein dass der Herr sogar vor oder nach oder am den Datum aber ich denke schon dass dass es nachhinein passiert aus dem einem Grund weil Gott lässt die Ungläubigen ins Gericht reinlaufen er lässt sie in den Gericht reinlaufen wir haben so viel Zeichen und wisst ihr liebe Geschwister wichtig ist hier bereit zu sein wenn er kommt wichtig ist im Gebet zu sein wichtig ist nicht jetzt nachdenken jetzt mache ich jetzt nichts ich baue jetzt da nichts ich backe auch nicht mehr und ich ich du schon auch meine Bank Sachen vernachlässigen oder das weil jesus kommt eh bald nein ich lebe so als wäre der letzte tag als wäre das erste tag und ich wenn es sein soll ich baue noch einen apfelbaum und wenn ich mich nicht mehr freuen kann an der er früchte dann freut sich vielleicht jemand anderes aber es kann auch nicht kann sein dass es nicht so ist weil wenn durch das Gericht es auch vernichtet wird dann bleibt kein apfelmaum mehr übrig aber es ist uns egal weil wir sind beim herrn und ja ich bitte euch jetzt nochmal inständig mischt die bünde nicht miteinander durcheinander lasst jeden bund da sein wo er ist sein anfang und sein ende zu sehen und wir leben jetzt in dem bund christlich ist behütet gewaschen und bedeckt durch seinen blut und wenn dieser bund zu ende geht dann sind wir beim herrn dann ist der jesus gekommen in den wolken nur für uns sichtbar nur für uns und wir freuen uns sehr darüber wir sollen im gebet wirklich stehen für die ganzen christen die in verfolgung sind die in diesen schweren situationen die vielleicht miterlebt haben das gericht ja und haben häuser verloren wir sollen dran denken und wir sollen dankbar sein dass wir hier noch in frieden leben dürfen wir dürfen genießen noch das frieden wie lange noch weiß ich nicht aber das kann plötzlich kommen von einem tag auf anderen meine lieben ich habe immer gesagt ich werde über die endzeit nicht mehr reden aber ich denke es ist wichtig für uns zu erkennen wie wichtig zeichen für uns sind weil gott redet oft durch zeichen oft durch zeichen das wort zeichen weiß ich gar nicht wie viel mal das in der bibel drin steht habe nicht nachgeforscht aber ich sehe sehr oft mal 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 fordern wir ein zeichen mal gibt er uns ein zeichen oder das zeichen unser herr hingabe ist das dass ich ihn anbete und dass ich nichts aus meinem freien willen mache sondern ich auf seinen willen betrachte das sind alles zeichen und nimmt ernst diese zeichen weil diese zeichen sind für uns gegeben sei es ein sternzeichen sei es eine naturkatastrophe sei es eine begegnung in meinem leben mit etwas mit jemand sei es eine krankheit sei es eine heilung es sind alles zeichen zeichen der liebe zeichen des gerichts zeichen des ermahnungs alles zeichen die wir ernst nehmen Gott segne uns alle und prüft euch dass ihr bereit seid wenn der herr jesus bald kommt denn er kommt weil die zeichen der zeit sind erfüllt amen das ist